der Bus Der Bus ist zu spät. die Bushaltestelle An der Bushaltestelle ist viel los. das Ticket Das Ticket ist gültig. der Busfahrer der Busfahrer fährt der Passagier der Passagier der Passagier steigt ein der Passagier steigt ein der Weg der Weg die Reise ist kurz die Reise ist kurz Hauptquartier 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 Der Sitz ist bequem der Sitz ist bequem die Bushaltestelle die Bushaltestelle die Bushaltestelle die Bushaltestelle ist überfüllt die Bushaltestelle ist überfüllt der letzte Halt der letzte Halt der Endbahnhof ist das Endziel der Endbahnhof ist das Endziel Nothalt 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 Der Nothalt wird signalisiert der Nothalt wird signalisiert die Buslinie die Buslinie die Buslinie die Buslinie verkehrt häufig die Buslinie verkehrt häufig der Stundenplan der Stundenplan der Stundenplan der Zeitplan wird angezeigt der Zeitplan wird angezeigt der Schulbus der Schulbus der Schulbus ist gelb der Schulbus ist gelb der Zähler der Zähler der Schalter verkauft Tickets der Schalter verkauft Tickets der Schalter verkauft Tickets der Netzwerkplan der Netzwerkplan Der Netzwerkplan ist klar. Der Preis Der Preis Der Preis ist erschwinglich. Der Preis ist erschwinglich. Der Controller Der Controller Der Controller prüft die Tickets. Der Controller prüft die Tickets. Der Doppeldeckerbus Der Doppeldeckerbus Der Doppeldeckerbus ist hoch. Der Doppeldeckerbus ist hoch. Heizung 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 ist eingestellt. Heizung ist eingestellt. Das Stoppschild Das Stoppschild Das Stoppschild ist sichtbar. Das Stoppschild ist sichtbar. Korrespondenz Korrespondenz Das Matching geht schnell. Das Matching geht schnell. Die Reise Die Reise Die Reise Die Reise ist angenehm. Die Reise ist angenehm. Der Fahrer Der Fahrer Der Fahrer Der Fahrer ist aufmerksam. Der Fahrer ist aufmerksam. Die Tür Die Tür Die Tür Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Der Durchgang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Der Durchgang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Der Durchgang für Personen mit eingeschränkter Mobilität ist geräumig. Der Durchgang für Personen mit eingeschränkter Mobilität